Moderne trifft Natur und Tradition. So lautet das aussagekräftige Motto des Naturressorts Senningerhof in Bramberg. Das moderne Vier-Sterne-Hotel befindet sich mitten im Nationalpark Ruhetauern, wo zahlreiche Dreitausender die Urlauber willkommen heißen. Durch die Top-Lage bieten sich unzählige Ferienaktivitäten, die gleich vom Hotel aus in Angriff genommen werden können. Im Winter steigen sie mit Ski oder Snowboard in die direkt vor der Haustür gelegenen Smaragdbahn. Auch die beleuchtete Rodelstrecke verspricht ausgelassenen Schneespaß. Im Sommer lädt das Habachtal, die einzige Smaragdfundstelle Europas, zu geruhsamen Wanderungen oder anspruchsvollen Bergtouren ein. Zurück im Hotel dürfen sie sich im modernen Wellnessbereich erholen und Kraft für den nächsten Tag tanken. Das Naturressort Senningerhof. Genussurlaub Besuch zum Flughafenen. Besuch zum Flughafenicity ab als ich hopeowski schmun gluceraden. Und hier kommt auf das Bowen, die immer etwas freundlich ausgestight youngて die 1,5 in sich schaden. Vielen Dank.